Hi, Linda. Linda, das Piepsen, ja, und das Boomen, das Explodieren, nimm es so. Wie geht's dir vom Zahnarzt zurück? Sehr schön. Okay, mehrere Batterien, eine gerade Zahl und keinen Parallelport. Okay. Dann haben wir blau mit LED. Nein. Und blau ohne alles. Ja. Passt. Blau ohne alles, blau LED, nein, rot mit Stern. Dann der das, okay. Blau LED. War durch, ne? Äh, nein. Okay, stimmt. Okay, blau ohne alles. Blau mit Stern und LED. Okay, darf man nicht durchschneiden. Du lösst dich doch wieder alleine. Ähm, kannst du mir rot mit Stern und LED sagen? Äh, nein, nicht durchschneiden. Ähm, rot ohne alles aber durchschneiden, oder? Ja. Okay, rot mit Stern und LED muss ich, sonst kriege ich das nicht gelöst hier. Okay, ich schneide es mal durch. Okay, ähm, blau ohne alles war durch. Ja. Perfekt. Dann haben wir rot mit Stern und LED war auch durch. Ja. Blau LED war nicht durch. Okay, rot ohne alles war durch. Perfekt. Ähm, rot und LED? Rot und LED. Durchschneiden. Ja. Ja. Okay. Rot und LED durchschneiden. Blau mit Stern. Nein. Ähm, rot mit Stern. Ja, okay. Okay, ähm, rot mit Stern und weiß. Ach du Scheiße. Blau, Stern und LED? Nein. Ähm, rot ohne alles. Ähm, rot-blau mit LED? Bin ich mir nicht sicher. Durchschneiden. Okay, passt. Wow. Ähm. Okay. Ähm, 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 blau LED und Stern. Was war das? Nochmal. Okay. Blau, rot, das. Ähm, rot-blau ohne LED und ich hab noch rot mit LED. Rot. Rot mit LED durchschneiden. Ja, das war's. Dankeschön. Das war der letzte, wo ich hing. Wow. Ist die Bombe. Die ist erschärft. Ja. Wow. Drei Sekunden nämlich noch. Nicht schon wieder so knapp, ey. Doch. Ganz schön anstrengend. Ja, irgendwie sind die Exoten für mich weniger anstrengend als für dich. Okay. Ohne dass du die anderen mitkombinierst, hast du...